Weihnachtsbaum! Hohoho, die Kinder kennen Rudolf. Das ist prima. Kinder, hier habe ich Überraschungen drin für euch. Für dich auch ein Geschenk. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Die Weihnachtspostfiliale. Ich freue mich, heute wieder in Himmelfort zu sein. Hallo, meine Lieben. Daria, ich brauche natürlich viele Hilfe. Ein Wunschzettel, der gemalt ist. Das ist etwas Gemaltes. Manche Kinder, die noch nicht in der Schule sind.